Die 10 Todsünden des Abnehmens mit Venera Musa. Ein großer Aberglaube ist, ich mache viel Gartenarbeit und staubsauge viel, bewege mich viel. Das ist zwar nett, aber hilft nicht. Was ist besser? Krafttraining, definitiv. Also ich muss in die Beweglichkeit, in die Kraft trainieren, weil der Muskel einfach der Stützkorsett des Körpers ist. Und wenn ich mich nur ein bisschen bewege im Garten oder zu Hause, dann habe ich auch oft eine falsche Haltung und wenn ich eh eine geschwächte Muskulatur habe, führt das vielleicht sogar dazu, dass es kontraproduktiv ist und ich Schmerzen bekomme. Genau, Muskelaufbau erhöht auch den Grundumsatz. Genau so sieht es aus, wie mir Muskeln nicht habe, desto mehr kann ich essen. Danke.